Hallo zusammen, ich hoffe es geht Ihnen allen gut. Wir sind heute wieder zusammen um sieben coole Gadgets für Ihr Smartphone zu entdecken. Aber bevor ich Ihnen mehr erzähle, erinnere ich Sie daran, dass Sie alle Produkte in der Beschreibung verlinkt finden können. Vergessen Sie auch nicht den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit Sie die Neuigkeiten nicht verpassen. Und schon geht's los. Lassen Sie uns gleich sieben coole Smartphone Gadgets kennenlernen. B-Land ist ein magnetischer Halter, der Ihr Smartphone hält, damit Sie Ihr Gerät benutzen können, ohne es in der Hand halten zu müssen. Der Ständer enthält sechs starke Magneten, die direkt in den Montagekopf eingebaut sind, um Ihr Smartphone oder Tablet während der Benutzung sicher zu halten. Sowohl die Halterung als auch der Schwanenhalsarm sind magnetisch miteinander verbunden. Dies erleichtert die Lagerung auf kleinem Raum. Der Ständer selbst kann auch separat als einfacher Ständer für zum Beispiel einen Schreibtisch verwendet werden. Dank der Schwanenhalskonstruktion kann der Halter fast überall befestigt werden, sogar um den Hals. Sie können es auch in jede beliebige Form falten. Schließlich ist das B-Land nicht aus billigem Kunststoff gefertigt. Es besteht zu über 70 Prozent aus einer Aluminium- und Magnesiumlegierung, um Festigkeit und Stabilität zu gewährleisten und Erschütterungen zu vermeiden. Mit diesem Gadget können Sie eine Vielzahl von Geräten gleichzeitig und am selben Ort aufladen. Sie können bis zu zehn Geräte gleichzeitig laden. Mit den Trennstegen an der Station können Sie die Breite leicht an die Größe des Smartphones oder Tablets anpassen. Sie können auch Ihre Schnellladegeräte aufladen. QC 3.0 Geräte laden zum Beispiel in 35 Minuten auf 80 Prozent. Das ist viermal schneller als eine herkömmliche Ladestation. Die Situation ist voll auf eine hohe Ladeleistung abgestimmt und gewährleistet Sicherheit für Ihre Geräte, insbesondere gegenüber Hitzung der Station und Brandgefahr. Die Ausgangs- und Netzkabel sind nicht länger als einen Meter. Sie müssen sicherstellen, dass Sie sich in der Nähe Ihrer Steckdose befinden oder ein kleines Verlängerungskabel besorgen. Diese super schlanke, dreifach klappbare Bluetooth-Tastatur ermöglicht es Anwendern, kabellos und plattformübergreifend mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten zu arbeiten und zu kommunizieren. Es ist ideal für Reisende und mobile Mitarbeiter, auch dank seines kompakten und tragbaren Designs. Android, Windows oder auch iOS sind kompatibel und verbinden sich schnell und einfach mit der Tastatur. Sie können die Tastatur in einer Entfernung von bis zu 10 Metern verwenden, ohne dass eine Latenz auftritt. Die Tasten der Tastatur sind extrem leise und ermöglichen ein unauffälliges Arbeiten auch im Transport. Das Mathe-ILOXAL-Verfahren schafft zudem eine hervorragende Haptik. Es sind vier Silikonpads angebracht, die dafür sorgen, dass die Tastatur immer stabil ist, egal auf welchem Untergrund sie steht. Die Tastatur ist jedoch vor allem für Büroarbeiten und kleine Jobs ausgelegt. Es wird wahrscheinlich nicht für Videospiele geeignet sein. iClever bietet eine solide und robuste Tastatur dank der Konstruktion aus Flugzeugaluminium für noch mehr Haltbarkeit. Schließlich kann die Tastatur mehrere Stunden lang verwendet werden, bevor sie über ihr direkt mitgeliefertes USB-Kabel aufgeladen wird. Der ScanMarker R ist ideal für Studenten und Berufstätige und ermöglicht es Ihnen, Texte 20 mal schneller als mit der Schreibmaschine abzutippen. Es versteht natürlich eine sehr große Anzahl von Sprachen, aber auch alle Zahlen und Symbole, die in Texten zu finden sind. Alles erscheint sofort in der speziellen Anwendung auf Ihrem Computer oder Smartphone. Die Sprachsynthese-Funktion ist ebenfalls integriert. Es ist ein effektives Einprägungswerkzeug für Studenten, das hilft, den gescannten Inhalt besser zu verstehen. Diese Funktion ist besonders nützlich für Personen, die unter Legasthenie oder anderen Lernschwächen leiden. ScanMarker R kann mit jeder Art von Textverarbeitungssoftware verwendet werden, die auf Computern und Smartphones verfügbar ist. Schließlich kann es über Bluetooth Ihres Smartphones oder über die Verbindung mit einem USB-Kabel genutzt werden. Was wäre, wenn Sie die mikroskopische Welt von Ihrem Smartphone aus entdecken könnten? Das Digital-Mikroskop ermöglicht eine 50- bis 1000-fache Vergrößerung und damit die Beobachtung der unsichtbaren Welt um uns herum. Es hat eine ausgezeichnete Farbtemperatur in dunkler Umgebung und kann auch die Überbelichtung des Bildes reduzieren, damit Sie Ihr Bild unter den bestmöglichen Bedingungen sehen können. Dies ist unter anderem durch die acht einstellbaren LEDs an der Spitze der Kamera möglich. Sie können Ihre Bilder dank der Wi-Fi-Verbindung direkt von Ihrem Smartphone oder über das mitgelieferte USB-Kabel von Ihrem Computer aus betrachten. Wenn es vollständig aufgeladen ist, können Sie das Mikroskop drei Stunden lang am Stück verwenden. Dieser tragbare Drucker im Kawai-Look ermöglicht es Ihnen, Ihre Fotos überall zu drucken. Für eine perfekte Fotoqualität müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Bildschirmdrehung sperren und die Helligkeit Ihres Smartphones auf das Maximum erhöhen. Richten Sie dann den Keypix-Rahmen auf dem Foto aus, um den genauen Druckbereich zu wählen. Sie können dann alle Ihre Bilder mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen. Sie werden in der Lage sein, die Fotos mit Texten oder kleinen Bildern zu versehen, aber auch persönliche Montagen zu erstellen, aber auch eine Vielzahl von Filtern hinzuzufügen. Autonom, er arbeitet ohne Batterie, ohne Akku und ohne Kabel zum Anschließen. Kompakt und niedlich ist die Keypix, der ideale Begleiter für Reisende. Sehr schnell, der Keypix druckt dank seines kleinen Rädchens an der Seite ein Foto in nur wenigen Minuten. Erhältlich in drei Farben können Sie den Keypix wählen, der zu Ihnen passt. Lassen Sie uns mit einem Samsung-Produkt schließen. Dank des übersichtlichen und intuitiven Designs müssen Sie nur den Deckel schließen und den Knopf drücken, um die Desinfektion für zehn Minuten zu starten. Die Wirksamkeit der UV-Desinfektion ist erwiesen und wirkt hervorragend gegen alle Arten von Keimen. Der glatte und elegante Magnetdeckel hält während des gesamten Desinfektionsvorgangs alles gut verschlossen, um Zwischenfälle zu vermeiden. Der Gummistopper dämpft den Stoß und das Geräusch beim Öffnen und Schließen des Koffers. Aber das ist noch nicht alles. Während Ihr Smartphone desinfiziert wird, können Sie es mit dem kleinen Etui auch aufladen, indem Sie die kabellose QI-Technologie nutzen, um Ihr Smartphone schnell aufzuladen. Und während die Aufladung gleichzeitig mit der Desinfektion beginnt, hört Sie nicht nach zehn Minuten auf. Natürlich können Sie Ihr Smartphone drin lassen, bis es vollständig aufgeladen ist. Die Box wird über ein USB-Kabel aufgeladen und kann drei Desinfektionen selbstständig durchführen, bevor sie nachgefüllt werden muss. Smartphone ja, aber nicht nur. Sie können auch all Ihre Alltagsgegenstände desinfizieren. Wir denken dabei insbesondere an Ihre Brille oder Ihre Autoschlüssel. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zögern Sie nicht, es zu liken. Ich erinnere Sie auch daran, dass Sie alle Produkte in der Beschreibung verlinkt finden können. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit Sie die Nachrichten des Kanals nicht verpassen. Was mich betrifft, so sehen wir uns hoffentlich bald wieder für neue Hightech-Entdeckungen. Passen Sie auf sich auf, auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal!